Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition und ja, ich habe gerade noch ein bisschen Ranken gesammelt, also einmal 64 und einmal 35, dass wir hinten unser Gebäude, Helvada Mesa, als Stück nachgewachsen, die Schere ist gleich hinüber und ich hatte wieder das Problem, dass ich vorhin, ja, gerade so, schön gefarmt habe, ne, ich hatte wunderbar gefarmt und plötzlich, also ihr wisst ja, ich habe die Ranken hier vorne, ich habe mich ein bisschen abgewacht und hat erstmal ein Creeper mich wieder in die Luft gejagt, schade, dass das nicht in der Aufnahme passiert ist, ne, gut, ähm, ich habe ein bisschen Stein gesammelt und ein bisschen Material so nebenbei, dass wir hinten unseren Turm weitermachen können und ich habe mir überlegt, fallen wir den Ranken ja nochmal mit, dass ich den nächsten, also nicht den nächsten, Kühle quatschen, bereiss dich zusammen, ähm, dass ich die zweite Etage, also was oben drauf als Turmspitz kommt, die würde ich denn doch gerne mit einem, sagen wir es so, mit einem Art Schnauze-Handy Holzverschlag machen, also das ist oben halt ein kleines bisschen mit Holzarbeit, da habe ich Futter mitgenommen, jo, habe ich, äh, also ihr versteht, wie ich das meine ungefähr. So, jetzt würde ich erstmal da hinten hin marscheln, da ist schon wieder ein Häschen, oh, hallo Häschen, guten Morgen, wie geht's denn, ey, ich habe da eine Kumpel in der Hand, ah ne, das war ja von den, von den Chicken Wings, wir haben ja Chicken Wings in der Hand. Gut, so, da oben ist die gute Hütte und ich dachte mir, ich mache mal heute die unteren Kanten erstmal fertig, dass wir uns erst hochbauen können, also ich muss ja erst unten das mal fertig kriegen, damit wir oben halt Deckel draufsetzen können. Ihr fangt ja auch nicht erst, ähm, das ist ja jetzt fast beim Waschen gesagt, aber beim Waschen wäre jetzt falsch gesagt, alter, heute total Sprachgulasch, ne, heute machen mich alle wahnsinnig, nicht ihr, ich meine, äh, allgemein, so im Leben ringsherum, da machen heute alle Leute wahnsinnig und ich war heute einfach nur froh, dass ich nach Hause konnte, ich war heute einfach nur scheißfroh, dass ich nach Hause konnte, jetzt hier mich, äh, ein bisschen voll, mich selber vollsülzen, würde ich jetzt gerade sagen, mich hinquanzen und einfach nur meine kleine Runde zocken. Oh, ey, das hat, das tut mir gerade so gut, das wollen wir mal gucken hier, die Höhe, die muss ich mir noch irgendwie mal reinprägen, so, ich habe jetzt hier, die unterste Kante soll noch bleiben, ja, die bleibt. Und, äh, ich sehe gerade, ich muss hier auch noch normalen Steinen dransetzen, sonst sieht das hier ein bisschen kacke aus. Ja, müsste ich vielleicht mal tun, könnte ich, wenn ich wollte. So, die Kante bleibt, es ist die ganze Zeit Musik gelaufen, die ganze Zeit, fast eine halbe Stunde und jetzt, wenn ich aufnehme, geht die Musik weg. So, bin wieder drinnen. Ey, das gibt's doch nicht. Ich, ich habe die wirklich, die ganze halbe Stunde, wo ich hier war, ist die Musik gelaufen. Ich beginne die Aufnahme, rede ein kleines bisschen und, schwupp, geht die Musik nicht mehr. Achso, ich, das hört sich nicht gesund an, wenn die schon wieder, wo die Ball kommt. Weil ich muss mal kurz einen Durchbruch hier schaffen. Und wir müssen mal ein paar Steine ein bisschen verändern, zumindestens ein paar. Also, ich mache jetzt mal... So, das dürfte reichen. Dann gehen wir mit den normalen Steinen und den Fluffsteinen, den bemosten Steinen, mal hier ans Werk. Ich dachte, die Mucke ist jetzt schon wieder weg. Wenn man am nächsten Mal die Mucke weggibt, dann füge ich sie... Weg geht. Mensch, dann füge ich sie im Nachhinein ein. Das geht mir sonst hier ein bisschen zu sehr auf den Sack. Also ein kleines bisschen zu sehr. So, weg mit dir. Hier brauche ich noch nichts nachfüllen. So, dann gucken wir mal, wie wir das machen. Also ich... Ganz unten wäre es sowieso schön, wenn wir da komplett bemosen würden. So, so. So. So, jetzt setze ich mal hier ein Zwischendareinen. Das sieht nachher geil aus, keine Sorge. Ich weiß, der Stuhl knarrt. Der geht mir selber auf den Sack. Zack. Ha, das ist sogar ein kleines bisschen gereimt. Ich dachte, das schummt schon wieder irgendeine Fido. Oh Mann. Ach hier, die Kante brauche ich ja gar nicht, ne? Die brauche ich nicht. Leck mich doch am Arsch! Warum? Musik, warum bist du so scheiße? Last try. So, wenn jetzt nochmal die Mucke weggeht, ne? Dann füge ich sie im Nachhinein ein. Dann hab ich hier zwar ein bisschen... Ja, bin ich hier zwar ein kleines bisschen musiklos. Aber es ist besser, als sich hier permanent aufzuregen über den Scheiß. So. Zack. Zieht eben ganz schön nach hier. Jetzt muss ich mal genau gucken. Abwählen. Eine tiefer geht's noch. Also das ist noch ein normaler Stein. Den hier müssen wir auswechseln. Schau ich mal. Zack. 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 Ich weiß, ich sage zu oft. Zack. Zack. Aber wenn ich nicht zack sage, werde ich sterben. Ich werde sterben. So. Jetzt fällt der ganze Scheiß wieder nach unten, ne? Ich geh trotzdem mal in die Hocke. Sicherheitshalber. Ja, das... Ich weiß, das ruckelt manchmal ein bisschen nach. Das liegt aber am Server. Scheiße. Und ich hab mir kein Eis mit. Genau. Mensch. Mensch. Es muss ja irgendwas immer fehlen. Aber... Wir können uns ja noch eine... Eine Steinspitzhacke aus Stein machen. Gott sei es mir gegönnt, dass sowas noch funktioniert. Ich hoffe, den kann ich damit kloppen. Ja, das geht noch. Ach ja, Fall runter. Es wird... Es wird schon wieder so ein Rage-Video. Wo ich einfach nur meinen puren Hass ausdrücken kann. Den Hass auf die Welt. So, zack. Machen wir dann nochmal so hier. Zack. 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 Hätten noch so einen rein. Da ist die Musik wieder weg. Ab jetzt... Äh... Füge ich Musik manuell ein und... Äh... Scheiß auf diese behinderte Kack-App. Musik plus leck mich. So. Wunderbar. Haben wir drinne. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich das irgendwie... Ach, leck mich doch jetzt gut. Ich weiß, heute habe ich wieder so eine Phase. So eine... Du kannst mich mal, du bist Kacke. Ba, 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 ba. Ist zwar nicht immer schön, aber ich brauche das manchmal. Einfach mal so... So kleines bisschen ausrasten schadet ja nicht. Aber man soll es nicht übertreiben. Und nicht komplett in der Öffentlichkeit raushängen lassen. Das ist nämlich nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und wo haben wir jetzt alles? Haben wir es jetzt? Hat er es. Hat er nicht. So, da kann ich... Den Boden... Ich mag den Boden nicht. Habe ich noch den rissigen hier? Steinziegel. Ich will aber keine Steinziegel. Ich will... Steinziegel. Wim, wo ist das Steinziegel? Warte, da können wir noch ein paar austauschen, bevor wir hier jetzt irgendwelchen Kack machen. So. Haben wir noch irgendwo so eine hässliche, kahle Stelle, wo noch keiner dazwischen ist? Hier. Ähm... Nicht direkt da, sondern machen wir mal hier einen. Ähm, haben wir hier einen zwischen? Dann hauen wir hier mal einen rein. Wir hauen einen rein. Und ich würde gerne noch da oben einen hinsetzen. Wenn ich hier nicht immer runterplumpsen würde. Sieben Stück. Wir müssen das... Wir müssen das ein bisschen auskosten. So, die wir noch haben, bevor die wieder total wegbacken. So, zack. Haben wir hier noch einen? Da ist schon einer drinnen. Dann machen wir da oben noch einen rein. Und mit dem Boden lasse ich mir dann später auch noch was einfallen. Dann ist schon wieder da einer in der gleichen Höhe. Naja, nicht so schlimm. Haben wir hier... Ist hier noch? Ah, guck mal. Hier sieht es noch ein bisschen kahl aus. Natürlich hat kahl gesagt. Kahl ist mein Name. Hö, 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 hö. Wo? Wo bist du? Ich habe die Spinne wieder gehört. Kommt zu mir. Und noch. Und den Stein noch mit. So, einen haben wir noch. Der legendäre Stein. Ja, hier sieht es kahl aus. Dann machen wir den hier irgendwo rein. Möchtest du nicht mittig? Fällt am besten auf. Da. Aber wir können uns ja eine super edle Steinschaufel machen. Hat natürlich auch jeder zu Hause. Äh, warum ist hier da ein bisschen? Dann heben wir hier drinnen erstmal ein bisschen den Boden aus. Und dann können wir das hier alles so ein bisschen verkleiden. Und dann können wir ja später noch ein bisschen tiefer machen, falls wir in den Türmen unten halt noch kleine Lager oder sowas reinmachen wollen. Und das machen wir mal aus. La, 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 la. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Lackerei. Alter, wie es nachhängt einfach nur. Komm schon, mach den Mist hier weg. Ich weiß noch nicht, wie ich es ganz genau mit dem Boden mache. Aber es ist auf jeden Fall lustig, wenn ich hier durch die Blöcke durchgehen kann. Weil der Server ein bisschen hinterherhängt. So. Weg mit dir, du elendes Scheusal-Stück-Ding. Bumm. Da. Hier, hier ist auch noch was. Alter, ich höre hier überall diese hässlige Kackspinne. Oh, jetzt ist mir das Licht hier so rausgegangen und ich werde gleich wieder irgendwas um die Ecke kommen. Irgendwas kommt immer. So, zack. Alter, ist das dunkel, wenn auf einmal nur eine Fackel hin. Wo ist denn das Scheißvieh? Stimmt, da unten irgendwo. Hihihi. So. Rissige Steinziegel. Ich weiß, die kann man jetzt noch nicht erkennen, weil dieses Texturpack ist zwar wunderschön, aber rissige Steinziegel haben sie anscheinend noch nicht wirklich eingefügt. Ah, zu spät. Blödes Scheißvieh. Ich baue mal auf den Sack. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Aber wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich... Alter! Hab ich dich durchs Fenster eingeladen oder was? Ich singe zwar Weihnachtslieder, dann musst du durch den Schornstein kommen. Warte mal. Hat was. Es hat zwar nichts Besonderes, aber es hat was. So, was haben wir denn noch hier? Rissige Steinziegel. Machen wir die Mittlinge immer raus? Ich weiß nicht. Folgt doch mal mit dem Dach an. Du machst die Dächer immer viel zu spät. Ja. Ich will lieber mal unten... Also, wenn du unten fertig hast, dann kannst du oben weiter bauen. Kann ja nicht hier angehen, dass ich mich jedes Mal zum Deppen mache. Und dann noch nichts halbfertiges. So, zack. Zack. Die mache ich mal alle hier rein. So, blub. Blub. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das mit dem... Komm, wir machen das mit dem Boden auch hier so. Also, das ist jetzt abwechslungshalber mal so... Ich sage mal, hier einer... Da einer... Hier, das soll ja so eine alte, runzlige Bude hier werden. Und hier kein Schönheitssalon. Gucken wir mal, was übrig bleibt. Dann können wir das hier noch alles ein bisschen verschönern. Es ist ein Turm. Also, kein besonderer Turm. Das ist einfach nur so ein Aussichtsturm. Und da soll es ja nicht gemütlich sein. Der soll funktionieren. Jetzt habe ich aber keinen Stein mehr. Und somit funktioniert gar nichts mehr. Warte, warte. Hier haben wir noch Bruchstein. Ach, komm, jetzt wegen drei Stück. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier, weil ich davon reinmache? Ne, das sieht pottig aus. Das schaut nicht gut aus. So, ähm... Habe ich von den Mimos noch nicht mehr, ne? Scheibenkleister. Oder hier draußen in der Kiste. Ich kann mir das immer nicht merken. Das kann doch nicht sein, dass immer da Stein alle geht. Ich will doch nur ein Steinhaus bauen. Guck mal, ein Stück runter. Bla, 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 bla. Blödes Vieh. Ähm... Aber im... Gucken wir mal. Huh. Uh, da vorne. Da ist Stein. Alter, wie viele Spinnen hier oben, Wurschtin? Kein Wunder, dass das Server mal hängt. Wenn da einfach immer mehr Fehlzeug hier wird. Dann tragen wir halt den Berg hier ab. Wir brauchen eigentlich nur drei Stück. Aber, aber, aber... Da können wir draußen zumindest den Weg ein kleines bisschen anlegen. Und ich muss mir sowieso noch einen Kopf machen. Ich muss ja auch irgendwie mal einen Weg da hochlegen, dass man auch da hoch watscheln kann. Kann ja nicht sein, dass der... Und frag... Achso, frag mich jetzt nicht wieder nach einem Map-Download. Das geht mir auf den Keks. Ich hab gesagt, wenn was fertig ist, dann kommt erst ein Map-Download. Wenn was fertig ist. Wenn der Turm da oben fertig ist. Und das wird jetzt noch eine Weile dauern. Weil ich mich gerne über sowas feiern lasse. So. Da hat man ein Stück durch die Wand gesehen. Schon wieder gespoilert. Lalalalalala. Hoch geht's. Hopp, hopp. Gleich haben wir es geschafft. Das kannst du von oben runtergucken. Der Sinn eines Aussichtsturms ist es, dass du raufgehst, um runterzugucken. Aber anstatt du gleich unten stehen bleibst, du dir von unten alles angucken. Nein. Alter, warum greifst du mich an? Bist du nur geistig nicht ganz glatt, du blödes Scheißvieh? Es ist helllichter Tag. Warum greifst du mich jetzt an? Sorry. Ah, das tut aber gut. Wenn du so manchmal so machen kannst. So, hier brauche ich ja wieder anderen Steinen. Den habe ich aber unten. Und ich wollte mal künstlerischerweise in... Wollte ich hier einen Weg weiter bauen? Wollte mal. Wollte mal. Wollte mal. Wollte mal. Wollte mal. Ähm. Ja, zumindest ist es bis hier vorne. Es muss jetzt hier kein... Kein Reißer sein. La 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 la. Gut. Das reicht auch. Da kommen noch ein paar Treppchen ran. Und schön. Hier noch ein bisschen... Bis unter die Truhe. Zack, 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 zack. Zack. Da können wir auch noch ein bisschen Mosi dazwischen machen. Warte. Hier machen wir den Rest. Warte mal. Machen wir noch mal ein paar Treppen. Und dann machen wir ein paar Bebooster. Nimm's mit. Nicht immer alles wegschmeißen. Zack. Ähm. Jetzt sammelt er ihn nicht ein. So, jetzt aber. Jetzt so. So. Schön, schön. Schön. Warum? Es ruckelt immer. Oh, das ist ohne Musik. Kacke, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie kacke das ist. Ich meine, ihr hört jetzt Musik, ne? Aber ohne. Das nimmt einen... Ja. Man kann sich nicht auf den Spaß einlassen. Man braucht irgendeinen Gedudel. Das fördert die Kreativität. Wenn irgendwas dudelt. Aber gedudelt nix. Ist ausgedudelt. So. Mal können wir hier unten noch so ein... Alter, warum? Was ist denn hier? Hä? Ich muss mir das mal jetzt mal ein kleines Stück von der Entfernung angucken. Ja, wenn wir da... Was ist denn los? Jetzt dreht er sich einfach im Kreis, obwohl ich gar nicht mache. Alter, das Spiel bringt mich irgendwann ins Grab. So, jetzt können wir das hier sehen. Red ich jetzt nicht noch zehnmal. Ich müsste das ein Stück... Nicht so weit runter gucken, Alter. Was ist denn los? Controller. Was machst du? Finger in Mitte drücken. Finger. 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 Jetzt könnt ihr auch sehen, dass es wirklich die Pocket Edition ist. Wollen ja manche aber nicht glauben. Das ist die PC-Version. Verkacke. Ja. Ob ich hier noch... Nee, da brauche ich... Mensch, was ist denn das? Total Rage hier. Na gut, ich werde jetzt gleich mal gucken, wo hier wieder das Problem ist. Irgendwie... Gerade mit der Musik... Das kotzt mich so an. Mein Lieblingsplayer. Der hat vor allem mal funktioniert. Und jetzt will er einfach nicht mehr. Und der Controller, der will auch nicht mehr. Ich glaube, aber der Akku ist alle. Ja. Der Akku ist alle. Na gut. Trotz des ganzen Filofants, ich hoffe, ich konnte... Na gut, ich habe gar nichts großteils gemacht heute. Ich habe hier ein paar Steine ausgewechselt. Das war's. Ich werde jetzt gleich meinen Controller aufladen. Gucken wir mal kurz, kurz runter. Sammeln ein bisschen Stein. Das ist in der nächsten Folge... Na gut, ich sammle Holz. Das ist in der nächsten Folge zumindest ein kleines bisschen vorankomme. Und lade dann auch den Controller auf. Ich muss mal kurz gucken. Das ist ja mit Tatschi voll scheiße. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Hau da rein. Wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.